Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Heute lernst du weitere Wörter zum Thema Ich stelle mich vor. Wiederhole nach mir. Die Tochter Die Tochter Das ist meine Tochter Sophia Das ist meine Tochter Sophia Sophia Das Kind Das Kind Das Kind Der Freund Der Freund Mein Freund heißt Tim Mein Freund heißt Tim Mein Freund heißt Tim Die Freundin Die Freundin Das ist meine Freundin Maria Das ist meine Freundin Maria Das ist meine Freundin Maria Der Mann Der Mann Der Mann Die Frau Die Frau Die Frau Die Frau Buchstabieren 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 Das waren weitere Wörter zum Thema Ich stelle mich vor. Gut gemacht. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbellia.us 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss www.barbellia.us www.barbellia.us